Atmen Sie durch und genießen Sie den Augenblick. Und erst diese Luft. Durchatmen, erholen, entspannen. Spazieren Sie durch unseren wunderbaren Wanderwald, den Briloner Bürgerwald und sein Körriller Tor. Besteigen Sie die rund 800 Meter hohen Gipfel des Rothaarsteigs oder unseres Bergwanderparks. In Brilon selbst erwartet Sie ein romantischer Kleinstadtcharakter. Voller kultureller Kleinode, seien es unsere historischen Kirchen. Die rund 140 Events und Veranstaltungen pro Jahr. Oder das Stadtmuseum. Wer auf Action setzt, wird bei uns ebenso sein Glück finden. Im Umkreis von 30 Kilometern finden Sie Golfen. Downhill, Mountainbiking. Schwimmöglichkeiten, Bootfahren und vieles mehr. Skifahren natürlich auch. Während Sie sich erholen, verausgaben oder einfach nur die Ruhe und Natur genießen, haben Ihre Kinder die Möglichkeit, ebenfalls eine Menge zu erleben. Liebenswerte Tiere, Abenteuer, Natur lebendig erleben und viel Spaß. Währenddessen können Sie es sich in den bewirtschafteten Wanderhütten gut gehen lassen. Doch neben all dem Spaß soll die Gesundheit nicht zu kurz kommen. Medizinische Rundumversorgung, Beauty und Wellness, sowie Kneippkur, Massagen, Physiotherapie und viele weitere Möglichkeiten warten darauf, von Ihnen genutzt zu werden. Der Anlass Ihres Besuches mag jedes Mal ein anderer sein. Sie werden jedoch sicher wiederkommen wollen. Schauen Sie vorbei und machen Sie sich selbst ein Bild. Besuchen Sie Brilon im Sauerland. Brilon, Stadt des Waldes. follows die Altrastyle im Sauerland nach dem Sauerland nach dem Sauerland durchs Kickstarter. Untertitelung des ZDF, 2020